Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es einen weiteren Manga-Hall für den Monat No... Ne, Oktober? Oktober ist es glaube ich, ja dürfte es sein. Ja, professionell wie immer und wie viele Spender es geworden sind, habt ihr wahrscheinlich im Titel gesehen. Ich weiß nämlich jetzt noch nicht, das werde ich am Ende nachzählen. Und ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß bei dem Video und let's go! So, fangen wir erstmal mit ein paar kleinen Extras an, die ich bekommen habe. Und zwar habe ich einmal die Leseprobe von MyBoy mit dem Bonner Comic Shop, mit der Bonner Cop... Mit der Bestellung von Bonner Comic Shop mitgeliefert bekommen und ja, MyBoy wollte ich generell mal anfangen, beziehungsweise lesen vom Manga-Kalt. Die Thematik ist ziemlich interessant und die Zeichnungen sehen auch ziemlich gut aus. Ich kann euch mal ein paar Zeichnungen zeigen. Ja, also es geht halt um eine ältere Dame. Und einen kleinen Jungen und eine Beziehung. Jetzt keine romantische oder sexuelle Beziehung, sondern sie fühlt sich halt irgendwie für ihn verantwortlich oder zu ihm hingezogen, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ich habe da natürlich noch nicht reingelesen, weil die Bestellung kam glaube ich erst gestern an und ich hatte jetzt keine Zeit. Aber es wird noch gemacht und dann habe ich noch, von heute war ich noch im hohen Double, habe mir noch Sachen geholt. Und da gab es einmal den Sticker von Angels of Death, den werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Aber ich habe den Sticker einfach mal mitgenommen, weil, keine Ahnung, nimmt man einfach mal mit, wenn es umsonst ist. Man kennt es und dann habe ich hier noch ein Magazin von Tokio Pop mitgenommen mit den neuen Sachen. Und einmal hier mit den, wie heißt er nochmal, The Grandmaster of Dämonic Cultivation, den Webtoon, weil die haben ja den, die, das ist eine Light Novel, ne? Oder ist das ein Roman? Ich glaube, das ist eine Novel. Auf jeden Fall, die haben den schon gebracht und das ist jetzt die Webtoon-Fassung und da habe ich auf jeden Fall Bock, da mal reinzulesen, vor allem, weil da voll Farbe ist. Und, soweit ich weiß, wenn nicht, korrigiert mich bitte. Und, ja, soviel zu den Extras und wir kommen jetzt zu den Mangas. Boah, scheiße, ich muss hier umdrehen. Sonst macht es keinen Sinn von der Reihenfolge her. Uppala. Boah, das wird jetzt eine Meisterleistung, Leute. Glaubt ihr, ich schaffe es oder nicht? Ab in die Kommentare damit. 3, 2, 1, ich bin richtig dumm. Uppala. Okay, hat funktioniert. So, Leute, ich habe jetzt ein paar Reihen, die perfekt zum November passen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und zwar habe ich erstmal die ersten vier Bände von Nightmare Maker geholt von eBay Kleinanzeigen. Ist eine ganz gute Qualität eigentlich. Kann man sich eher weniger beschweren. Und, ja, wie bin ich auf die Reihe aufmerksam geworden? Natürlich durch Prown, ne? Und, ja, da habe ich gedacht, komm, ich muss mal ein paar mehr Edgy-Titel holen, da ich ja nicht so viele Jahre hatte. Ich glaube, ich habe nur Testament of Sister New Devil, High School DD. Genau, Modern Idol, wenn man es so sehen möchte. Da habe ich mir ja letztens schon ein paar geholt. Und da war der hier auch mit vertreten. Und zwar leider nur 1 bis 4. Eigentlich hat die Reihe 6 Bände. Und, ja, ich glaube, 5 bis 6 werde ich nie in mein Leben kriegen. Weil, ja, es ist einfach sehr, sehr schwer zu bekommen. Bei Rebuy, bei Medimops, bei Kleinanzeigen, nirgendwo ist er verfügbar. Sehr, sehr schwer. Und, ja, dafür habe ich aber eine andere Reihe. Komplett und zwar gesammelt. Ich habe nämlich von der Person bei eBay Kleinanzeigen diese 4 Bände geholt. Dann habe ich 2 Bände von dieser Reihe hier geholt. Und zwar von Velvet Kiss habe ich alle 4 Bände. Ja, mit 4 Bände auch abgeschlossen. Und da habe ich mir noch 3 und 4 mitgekauft, bei der eBay Kleinanzeigen. Den zweiten Band hatte Panini noch auf Lager. Den habe ich dann einfach so gekauft. Und den ersten Band habe ich, wie habe ich den ersten Band nochmal bekommen? Ja, stimmt. Den ersten Band habe ich dann noch bei Medimops wegen Kaufalarmen gesetzt und dann direkt geholt. Und, ja, deswegen habe ich hier alle 4 Bände von Velvet Kiss. Das soll ein etwas, ja, wie soll ich sagen? Ja, komm. Es ist eigentlich kein Edgy mehr. Es ist schon, es ist schon mehr als Edgy. Und, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ein bisschen durchgeplättert habe ich schon. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spicy. Und dann habe ich jetzt auf jeden Fall die beiden Reihen. Und dann habe ich noch eine Reihe, auch nur Teils bekommen, von der, die es bei eBay Kleinanzeigen verkauft hat. Und zwar die ganzen drei Reihen hier. Einmal Nightmare Maker, Velvet Kiss. Und von der Reihe hat sie Band 3 bis 12 mir verkauft. Warum auch immer sie 3 bis 12 hatte, aber ist okay. Und dann habe ich mir die anderen Bände halt so gekauft. Und zwar ist die Rede von Heimliche Blicke. Heimliche Blicke, Band 1 bis 13 komplett von Kaze. Und, ja, ich glaube für den November habe ich auf jeden Fall von Edgy-Titeln ausgesorgt. Und die Cover sind auch wunderschön. Natürlich kann man da Sachen durcherkennen. Auch wenn da es zensiert sein sollte durch diese Lichtdinger. Aber trotzdem sieht man da was. Keine Ahnung. Jetzt guckt er natürlich genau dahin, er Schlingel. Aber ich kann da jetzt nichts für auf YouTube kriegen, glaube ich, oder? Ist ja gut zensiert hier. Ist auch so ein Verkauf. Deswegen wird schon, wird schon. Und, ja, Band 9 haben ja manche auch als Lieblings-Cover. Kann ich verstehen. Sieht echt nice aus. Dann haben wir hier Band 10 noch. Dann haben wir noch Band 11. Band 12. Was auch sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Und den Abschlussband, Band 13. Und ich bin echt mal gespannt, wie die Reihe ist. Weil sie soll ja für eine Edgy-Reihe eine ziemlich solide Story haben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es gehen könnte. Von denen, was ich jetzt einfach mal so durchgeplattert habe oder so. Ich habe jetzt noch nicht angefangen zu lesen. Aber ich bin gespannt und ich lasse es euch wissen. Aber ihr wisst, ich habe jetzt zur Zeit nicht so viel Zeit zum Lesen. Und wenn, dann lese ich hier Tech on Titan weiter. Liegt jetzt da drunter auf den Lesestapel. Ja, weil, wie gesagt, ich lese jetzt nicht immer zwischenhin, sondern nur die neuen Reihen, die reinkommen. Zum Beispiel, mein Star kommt rein, lese ich direkt. Oder Boyz Abyss oder The Kingdoms of Ruin. Und dann halt eine Hauptreihe, wie zum Beispiel Tech on Titan. Ich will jetzt nicht heimliche Plicke anfangen. Dann will ich noch das anfangen. Sonst ist mir alles zu viel Mischmasch. Und ich kann mich nicht komplett auf die Story einlassen. Ist für mich jetzt so. Vielleicht bin ich auch einfach so, der nicht mehr rein nebeneinander lesen kann. Aber so gefällt es mir dann tatsächlich am besten. Deswegen wird es erstmal in einem Regal stehen bleiben, Leute. Und das war es, glaube ich, auch schon mit den Edgy-Titeln für diesen Monat. So, Leute, doch noch ein paar Edgy-Reihen gefunden. Und zwar habe ich einmal hier Clypnir. Da ist sehr viel Edgy-Anteil drin, soweit ich gehört habe und gesehen habe. Aber es ist halt eher so ein Action- und Fantasy-Manga, soweit ich weiß. Das habe ich mir den ersten geholt, weil in der ersten Auflage gibt es noch so einen Umschlag beziehungsweise ist es, glaube ich, auch ein Poster, wenn man es auspackt. Und ja, deswegen habe ich den einfach mitgenommen. Clypnir wollte ich sowieso anfangen und den ersten wollte ich unbedingt in dieser Version haben. Deswegen habe ich mir den ersten schon mal geholt. Wann ich die nächsten Bände holen werde, weiß ich noch nicht. Demnächst irgendwann, aber da habe ich auf jeden Fall schon mal den ersten Band hier. Dann habe ich den dritten Band von The Tale of the Wedding Ring. Und ja, wieso habe ich den geholt? Wegen den Shikishi, der da drin ist. Einen Moment, ich packe es mal kurz aus. So Leute, ich habe es ausgepackt. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Cover gefällt mir von der Macherheit her. Das ist auch so schön matt und so. Das ist echt nice. Und wo ist das Shikishi? Das Shikishi ist hier. Und das Echten, ziemlich hochwertiges sogar, ist Pappe. Und ja, so sieht das aus. Ihr wisst, meine Kamera ist die beste Cover. Auf jeden Fall glänzt es noch so. Ist schön goldene Schrift da oben, die auch schimmert. Mit so einer goldenen Krone. Und auf der Rückseite gibt es noch mal einen kleinen Text. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Tale of the Wedding Ring, auch ein edgy Titel, den ich vielleicht auch in Zukunft anfangen werde. Beziehungsweise ich habe ja jetzt einen dritten Band, deswegen willst du es. Ich gucke mal kurz rein. Aha, okay. Ich glaube, den kaufe ich mir weiter. Und so viel zu The Tale of the Wedding Ring. So, und dann habe ich noch von der Killer Garneele 22 vom Manga One Discord. Ja, ein Angebot gesehen. Er hat nämlich Titel verschenkt und darunter war auch der Titel Ex-Arm, Band 1 und 2. Und da sollte ich nur den Versand zahlen und dann schickt er mir das zu. Auf jeden Fall sehr, sehr korrekt von dir. Nochmal vielen Dank. Und ja, Ex-Arm ist ja auch ein edgy Titel. So ein bisschen Cyberpunk, so Sci-Fi. Und von der Zeichnung her sieht es auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Ich kann euch mal kurz die Zeichnung zeigen. Ist ja nicht überall hier dieses Hardcore-Edgy-Zeug. Ja, hier. Ich finde die Zeichnung auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, ich glaube, es hat auch nur 12 Bände oder 13, 14? Ich weiß nicht, aber auch so um den Dreh auf jeden Fall. Und ja, habe ich jetzt die ersten beiden Bände hier. Nochmal vielen Dank an Killer Garneele. Warte, hier ist der zweite nochmal. Und ja, wird sich auch weitergekauft. Hatte ich länger schon ein Auge drauf. Wollte mir die eigentlich komplett bei Kleinanzeigen holen. Aber ja, da die zu verschenken war, habe ich gedacht, komm, nehme ich sie mit. Nochmal vielen Dank. Und das war es jetzt aber, glaube ich, wirklich mit den edgy Titeln. So, da habe ich auch noch ein paar dickere Bände hier. Und zwar einmal den Soul Eater Massivband, den ersten. Den habe ich von Jens von meiner Wishlist bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Und ja, da ich die Massiv-Edition sowieso sammeln wollte, wegen dem Buchrückenbild. Ich habe ja Band 1 bis 8 schon hier von den Einzelbänden. Aber da ich die ja sowieso holen wollte, fürs Buchrückenbild. Und da die späteren Bände der Einzelbände sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Deswegen die Massiv-Edition. Und nochmal vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr mich über meine Wishlist unterstützt. Links in der Videobeschreibung. Ich weiß eigentlich gar nicht, gerne drauf hin. Aber egal. Und dann haben wir hier noch zwei weitere Titel. Habe ich in den letzten, glaube ich, schon drauf angespielt. Und zwar einmal den fünften Band von Vagabond von der Wispik-Edition. Und dann habe ich auch noch den sechsten Band von der Vagabond Wispik-Edition. Ich habe gehört, jetzt im November sollen Nachdruck kommen von mehreren Bänden. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie viele dann verfügbar sein werden, welche ich mir holen kann. Weil mir fehlen, glaube ich, Band 4, 7, 8, 10, 11 und 12. Also ungefähr die Hälfte noch von der Anzahl her. Aber ich habe übrigens schon mal die Hälfte, Leute. Und ja, deswegen noch ein Teil, der gefüllt wurde von meiner Sammlung. Und ich bin echt gespannt, ob ich... Ja, dieses Jahr wird safe nicht mehr sein, glaube ich, wo ich Vagabond komplett habe. Aber nächstes Jahr irgendwann. Ich werde drauf hinfiebern. Road to all Vagabond-Mangas. Leute, ihr wisst Bescheid, Januay. Es ist wirklich nicht so leicht, Leute. Es ist wirklich nicht so leicht. So, da wir eben dicke Bänder als Thema hatten und davor X-Arm mit dem Genre Sci-Fi, habe ich hier passenden Titels zu den beiden Sachen. Und zwar The Ghost in the Shell in der, ich weiß gar nicht, wie die Edition heißt, Deluxe-Variante. Auf jeden Fall Hardcover von Egmont. Und ja, ist, glaube ich, ein 2-in-1-Band, kann das sein. Auf jeden Fall hat der Band 348 Seiten. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Ist ein Großformat und hat, ich glaube, über 60 Farbseiten, hat er damit geworben. Deswegen, ich zeige euch auch nochmal hier. Der Zeichenstil ist auf jeden Fall was, woran man sich gewöhnen muss. Aber ich habe gedacht, komm, so ein Klassiker will ich mal lesen. Ghost in the Shell, tatsächlich noch nie richtige Berührung mit Berührungspunkten mitgehabt. Deswegen, ja, und das Cover sieht echt so schön aus, Leute. Hätte ich eigentlich meine Top-5-Magen-Cover mit reinnehmen können. Das sieht echt so gut aus. Ja, den ersten Band, es gibt Band 1, Band 1,5 und Band 2, soweit ich weiß. Es gibt drei Bände insgesamt. Und ja, den ersten Band habe ich. Kosten tut der 25 Euro, Leute. Deswegen überlegt euch, ob ihr den holen wollt. Aber ja, für 60 Farbseiten, Hardcover, Großformat. Ja, kann man 25 Euro schon mal ausgeben. Aber ja, freue ich mich auf jeden Fall, den zu lesen. Dann habe ich meinen Manga gekauft, der zum Thema Halloween passt. Und da habe ich mir auch ein paar Videos zu anguckt. Und zwar zum Beispiel von Kuroko mit seinem Halloween-Special. Oder von Mel, wo sie mehrere YouTuber eingeladen hat, die mal eine Empfehlung rausgeben. Und ich habe auch einen Podcast gehört auf Spotify. Und zwar Weepstar von Sauru und Ontan. Auch sehr, sehr cool, sehr, sehr cooler Podcast. Bei der Folge habe ich mich so unheimlich, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich weggelacht wie nichts. Hörte auf jeden Fall mal rein, die Halloween-Folge wenigstens. Und ja, da wurde ein Titel sehr oft genannt. Und zwar der Einzelband Dark Hideout. Und den habe ich mir dann auch direkt bestellt. Den habe ich schon öfter mal in Sammlungen gesehen und so. Habe dann gedacht, ja, vielleicht. Und ja, so wie ich das dann jetzt mitbekommen habe. Scheint der wirklich richtig, richtig gut zu sein. Und ich habe Bock, den zu lesen. Und der ist ja der Zeichner von Rainbow, soweit ich weiß. Und deswegen erwarten mich wahrscheinlich auch sehr, sehr gute Zeichnungen. Und ja, so viel zu Dark Hideout. Sehr, sehr viel geredet für ein Band. Aber das ist es wert gewesen. Und dann machen wir direkt weiter. Und zwar mit den Neuerscheinungen tatsächlich. Und zwar von Kaze, dem vierten Band von Das Biest des Königs. Das Biest des Königs ist wirklich eine sehr, sehr nice Reihe. Wenn ihr in das Thema Romance einsteigen wollt, könnt ihr hiermit eigentlich ganz gut einsteigen. Das ist Romance, aber auch mit viel Action, Fantasy. Und es macht einfach richtig Bock zu lesen. Und die Zeichnungen sind wirklich eine Klasse für sich, Leute. Ohne Scheiß. Und ja, kann ich auf jeden Fall jedem von euch empfehlen. Ich habe ja die ersten drei Bände schon hier und gelesen. Mir gefällt der sehr gut. Und wenn ihr nach den ersten zwei Bänden nicht so gehuckt seid, dann könnt ihr es eigentlich sein lassen. Aber gebt denen auf jeden Fall mal mit den ersten beiden Bänden eine Chance. Und ja, wirklich. Das ist eine Empfehlung für mich. Für euch von mir. Dann machen wir direkt weiter. Mit der Limited Edition von Kaiju No. 8. Mit einem Poster hier drum. Will ich jetzt nicht ausklappen. Ist mir viel zu viel Arbeit. Auf jeden Fall habe ich schon Bilder gesehen, dass es sehr, sehr schwer sein soll, das irgendwie an die Wand zu machen. Weil da so viele Knicke sind, dass man kaum das Motiv erkennen kann. Auf jeden Fall vielleicht nicht so ganz schlau gemacht, aber ist okay. Und ich kann es auf jeden Fall mal abmachen, damit ihr das Cover seht von der Limited Edition. So sieht das nämlich aus. Ich finde das Cover von der normalen Edition tatsächlich besser. Aber weil es Limited ist, natürlich direkt geholt. Ich finde das Crunchyroll Logo eigentlich gar nicht so schlimm, Leute. Vielleicht bin ich der Einzige. Aber ich glaube, wenn es im Regal mehrere Bände nebeneinander stehen, dann sieht das gar nicht so kacke aus. Natürlich könnte man das auch schwarz machen und das Crunchyroll Logo an sich in orange oder so. Das wird vielleicht auch richtig geil aussehen. Aber ja, ich finde es gar nicht so schlimm. Den ersten Band, die normale Edition, werde ich mir vielleicht auch noch holen. Weil wie gesagt, das Cover mir da viel mehr gefällt. Habe ich ja bei My Hero auch gemacht. Eigentlich richtig dumm. Aber als Sammler irgendwie auch nicht. Deswegen machen wir. Ja, und dann habe ich noch die Light Novel zu Jujutsu Kaisen geholt. Weil ja, JJK ist Liebe für mich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir auf jeden Fall die Light Novel geholt. Auch das Crunchyroll Logo schon drauf. Und Leute, passt auf. Buchstaben, Leute. Buchstaben und zwar ganz viele Leute. Scheiße, Mann. Egal. Das wird, glaube ich, einer der ersten Light Novels, die ich wirklich durchlesen werde. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann noch eine neue Erscheinung von Kaze. Und zwar, wie eben angesprochen, The Kingdoms of Ruin Band 3. Und ja, The Kingdoms of Ruin gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und zum ersten Band habe ich ja schon einen Erstein-Druck hochgeladen auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr wissen wollt, worum es geht. Und meine Meinung dazu. Aber die sage ich jetzt gerne auch nochmal. Ich finde Kingdoms of Ruin wirklich sehr, sehr nice. Er ist sehr brutal. Er ist ab 18. Er ist aber richtig gut gezeichnet. Und er macht einfach richtig Bock. Und die Story an sich ist auch ziemlich interessant. Und hat sehr, sehr viel Potenzial. Aber die Hauptsache ist irgendwie für mich tatsächlich in dem Manga die Gewalt und wie brutal der ist. Und da fliegen wirklich die fetzen Leute und ganz viel Blut und und und. Deswegen wirklich Kingdoms of Ruin ist eine Empfehlung. Ich liebe es. Und dann machen wir direkt weiter. Und somit einen weiteren Titel, der ziemlich brutal ist. Und zwar habe ich Band 1 bis 5 von Goblin Slayer Year 1 gekauft. Und zwar von der lieben Mel. Die hat sie nämlich verkauft. Und dann habe ich sie ihr abgenommen. Und ja, Goblin Slayer habe ich den Anime gesehen. Hat mir auch gut gefallen. Tatsächlich. Und ja, so ein Fantasy Setting ist sehr, sehr nice. Und das ist ja die Vorgeschichte von Goblin Slayer. Deswegen, ja, ich könnte eigentlich auch mal den normalen Manga Goblin Slayer holen, um weiterzulesen. Und ja, aber jetzt habe ich erstmal die E1 Edition Band 1 bis 5. Und Leute, die E1 Edition, äh, Edition sage ich. Das ist ja keine Edition. Äh, Goblin Slayer 1, die Vorgeschichte. Das Prequel fängt genauso an wie der normale Manga Slash Anime von Goblin Slayer. Ich glaube, ich muss nicht weiter darauf eingehen. Ihr wisst genau, was ich meine. Und, ähm, ja. Da habe ich Bock reinzulesen, Leute. Richtig, richtig Bock. Und dann machen wir direkt weiter hier mit einer weiteren Sache, die ich von Kleinanzeigen geholt habe. Und zwar, ich weiß gar nicht für wie viel. Ich glaube, 12 Euro oder so. Und zwar Band 1 bis 3 von Broken Girl. Und mit 3 Bänden auch abgeschlossen. Deswegen, sehr, sehr nice. Kann ich dann direkt am Stück lesen. Und, ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Habe ich viel Gutes von gehört. Mit 3 Bänden kann man generell, glaube ich, nicht viel falsch machen. Und, ja. Die kann man sehen auch sehr, sehr nice aus, Leute. Sehr, sehr nice. Und die zeichnen natürlich auch, ne. Die Anspielung auf das Video von Yanwei mit den, äh, 10 Arten von, ähm, Manga sammeln, war das, glaube ich, ne. So hieß es das. Und, ja. Schaut auf jeden Fall auch gerne vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und was habe ich denn noch hier? Ah, da habe ich noch zwei Bände, Leute. Und zwar habe ich einmal noch den zweiten Band von Call of the Night gekauft. Ähm, ja, Call of the Night habe ich in Anime gesehen. Ich glaube, die ersten drei Folgen oder vier. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen hole ich mir auch den Manga. Habe ich Bock drauf. Und, ähm, ja. Dann Fullmetal Alchemist in der Altra Ultra Edition. Band 2. Die werde ich mir auch holen. Ich werde nicht die, ähm, Fullmetal Edition holen. Ich werde nicht die Einzelbände holen. Ich werde die holen. Ist vom Preis-Leistung her einfach am besten. Und ich finde die Aufmachung auch ziemlich cool. Auch vom Spine her. Deswegen passt perfekt für mich. Und das war's, glaube ich, schon von allen Mangas. Weil ich glaube, hier habe ich jetzt keine mehr rumliegen. Oder? Äh, ich glaube, das war's. Oder? Einen Moment. Hier habe ich nochmal zwei Bände. Ich weiß nicht, ob ich die im letzten Holschhorn hatte. Deswegen zeige ich sie jetzt einfach nochmal rein. Und zwar Band 1 und Band 2 von Komi, kein Communicate. Von, äh, Mugi geschenkt bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Und, ähm, ja. Den Anime habe ich gesehen. Der Anime gefällt mir wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, ob der als Manga genauso gut ist. Auf jeden Fall von den Zeichnungen her finde ich den tatsächlich schwächer als der Anime. Viel schwächer sogar. Aber, ja. Der Zeichnstil entwickelt sich wahrscheinlich auch noch um so länger es geht. Ich weiß gar nicht, wann der Manga angefangen wurde zu zeichnen. Da kann ich gerade mal reingucken. Der wurde angefangen und zwar 2016. Und jetzt haben wir 2022. Und ich glaube, der läuft immer noch. Oder ist er schon abgeschlossen, Leute? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ich habe, glaube ich, am aktuellsten Chapter mal Zeichnung gesehen. Und die ist schon gut besser geworden. Deswegen bin ich guter Dinge. Und das waren jetzt wirklich alle Mangas, Leute. Deswegen sehen wir uns gleich bei der Upmod. So, Leute. Ich habe doch noch einen Band vergessen. Und zwar den dritten Band von Meshul in der ersten Auflage noch. Wegen dem Klitzer da oben. Klitzer ist immer wichtig, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und, ja. Meshul immer noch nicht reingelesen. Ich mache es kurz. Und, ja. Aber ich habe Bock. Werd da reinlesen. Ihr werdet es wissen. Ich poste ja immer, was ich gelesen habe auf Insta in der Story. Und, ja. Da schreibe ich dann auch meistens meine Meinung dazu. Deswegen schaut gerne auf Insta vorbei, Leute. Und jetzt aber wirklich vorbei. Los zur Abmoderation. So, Leute. Das war es mit dem Mangehold für den Monat Oktober. Was habt ihr euch gekauft? Schreibt es dann gerne unten in die Kommentare rein. Das interessiert mich wirklich. Ich muss es, glaube ich, immer sagen. Weil ihr glaubt mir nicht, dass ich das ernst meine. Und, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal für mehr Videos. Und der... Boah. Der Spruch war schon alt, ne? Das habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gesagt. Und für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, sind Ehrenmänner oder Frauen. Weil ihr kriegt jetzt noch gesagt, dass ich die nächste Woche kein Video bringe, weil ich im Urlaub bin. Deswegen wartet nicht auf ein Video. Und, ja. Aber vielen Dank für den ganzen Support, dass ihr immer dabei seid. Zuschaut. Abonniert habt. Den Daumen nach oben gedrückt habt. Wirklich vielen Dank. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Stream wieder, Leute. Und... Ciao. Ciao. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020